Hola amigos da draußen. Willkommen zur ersten Ausgabe von Macho Utschazo. Hier ist etwas Messeres, womit ihr die Frauen überzeugen könnt und sie dahin fließen werden. Wir machen den Zwölf-Achtel-Takt. Und da geht es so. Der Rhythmus in den Füßen und die Beweglichkeit in den Hüften, das müsst ihr lernen. Und dann oben das Hup-Klatschen, das machen wir beim nächsten Mal noch etwas genauer. Es ist die Füße, die müssen ein wenig behindern, aber mehr davon später. Also, lernt... Genau, das war heute die erste Ausgabe von Macho Utschazo.